so rufen wieder im griff mal gucken wie es hier weitergeht der alten Oma geht es wohl ganz gut hier gab es Matschepampe mit Ketchup Ketchup ist immer ganz wichtig meine Devise ich esse auch Pizza mit Ketchup drei Männer auf Erkundungstour vermisst die Staatsbehörde bittet um Mithilfe drei Männer ausfindig zu machen die am 9. dieses Monats von New Orleans zur Gemeinde Dalvray reisten und seitdem unauffindbar sind bei den Vermissten handelt sich um Peter Walken, Andre Stickland und Clancy Javis die drei produzieren Videos für das Internet und waren nach Dalvray gereist um Videomaterial für ihre aktuelle Produktion zu drehen ihre Videos behandeln hauptsächlich die Erkundung von verlassenen Häusern und Spukhäusern ja die kennen wir die drei Ok damit können wir nichts machen wir haben sowieso glaube ich gar nichts mehr im Inventar aber was ist das wir haben so was ähnliches wie ein HUD um unsere angenähte Hand das Ding sieht aus wie so ein Puls Messer ein EKG Ding ja dann schauen wir nochmal wie wir hier weiter kommen das sieht aus wie eine Küche was ist hier Säge, Seil, Tierhalsband naja wenigstens führen sie sowas wie in Haushaltsliste ja so asozial können die gar nicht sein sagte er und sah auf einmal sowas ich glaube das machen wir mal lieber wieder zu das haben wir hier nichts hier ist eine Tür kann man sogar reingehen das sieht aus als würde es da weiter gehen nachher nein dafür brauchen wir auch wieder irgendein Werkzeug das hier nicht zufälligerweise rumliegt ein Stiefel Evelyn mhm Evelyn gehört wohl der Stiefel wer auch immer Evelyn ist was haben wir hier Gabeln und Löffel so eine Gabel wird mir jetzt erstmal als Waffe reichen bevor ich gar nichts habe keine Ahnung was hier abgeht kann man aber jetzt ein bisschen runter gerutscht ganz kurz hier fixen das sieht doch besser aus ja da geht es runter dann können wir auch wieder rein das ist alles wieder der gleiche Raum hier ist die Schublade hier ist die Schublade für die wir immer noch keinen Schlüssel haben wir haben auch keine und nix ups ruckel ruckel sieht sehr brechlich aus vielleicht kann ich das mit etwas zerstören Garage mit was keine Ahnung wir werden sehen der Hand kann ich das Klebeband nicht entfernen ok wir brauchen also ein Werkzeug mit der Hand kann ich das Klebeband nicht entfernen ja weil du eine Memme bist deswegen vielleicht Hand kann ich das Klebeband nicht entfernen von der anderen Seite verschlossen hier waren wir noch nicht hier ist wieder Stacheldraht ach du scheiße ach du scheiße hier ist das ist die führung ist nein eigentlich nicht schnell laufen schön für dich hier hier bin ich laufen 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 nicht dahinten gucken geht auch nicht, dahinten gucken nach vorne laufen geht nicht und ich bin ein Arsch und was jetzt? ja geil zeig deinen Mann zu stehen Ethan was? kann ich irgendwas machen? ich bin echt schlecht in dem spiel glaube ich es ist vorbei Junge alter rumpel 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 das sind so spiele ne wo man vermeintlich keine chance hat aller Also Jack heißt er. Sich im Schatten zu verstecken. Wo sind denn hier Schatten? Ist alles relativ gut beleuchtet, im Gegensatz zum Rest. Ich glaube, ich check das erstmal, wo ich mich verstecken könnte. Das sieht doch gut aus hier, oder? Ein nettes Kämmerlein. Oder hier. Denn da hatte ich mich gerade eben schon versteckt, ne? So. Viele Möglichkeiten gibt es hier ja nicht. Was habe ich da jetzt gegeben? Ist das? Alles klar. Kleine Menge Gesundheit. Ist vielleicht gar nicht so verkehrt, ne? Okay. Hier ist, glaube ich, kein schlechtes Versteck. Okay, das bringt nichts da. Wenn ich jetzt hier lang laufe, dann kommt Jack wieder. Das heißt, ich laufe da lang, da lang. Das wird wohl. Okay. Okay. Ich. Ich. Okay. sucht er mich schon ich weiß es nicht da ist er da ist er ich glaube das war gut ich kann dich riechen aber das war es jetzt ich habe immer noch ich habe dieses werkzeug nicht was ich brauche glaube ich kann ich daran vielleicht drehen nein das macht keinen spaß schlüssel für die keller treppe schlüssel für die keller treppe er kennt auch meinen namen toll wo war denn die keller treppe irgendeine treppe die irgendeine türen keine ahnung scheint mich halt immer noch zu suchen geht ja nicht anders da ist er fuck wie sagt man so schön einmal familie immer familie der kommt da jetzt ne der kommt da und der wird mich voll verprügeln kein weg hier raus weißt du keine ahnung was ich machen soll ich habe einen schlüssel für die keller treppe jack darf mich nicht finden das ist eine keller treppe vielleicht du kannst dich nicht verstecken junge die 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 warte Alter. E.P.S. 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 Fuck my dick. Das scheint nicht die Kellertreppe gewesen zu sein. Das macht nicht Spaß! Nee, tut's nicht, du Hammel. So, erstmal gucken. Schlüssel. Ich komme! Ich bin mein Kleider, Ivan! Ich bin mein Kleider. Ich bin mein Kleider. Kein Weg hier raus, weißt du? Fuck. Ach, dachtest du, du könntest dich vor dir gestern davon schalten? Oh Gott. Ich glaube nicht, dass es das... Ich glaube, das war's jetzt. Was anderes kann ich nicht machen. Guckt mich nicht so an. Ich muss in dieser Position... Du weißt, dass ich dich finden werde, oder? Und wenn ich dich finde... Willst du mich jetzt verarschen? Geht der jetzt wieder weg? Ernsthaft? Du gib... Du kannst dich nicht verstecken, Junge! Ich mein... Er kennt sein Haus wahrscheinlich nicht so gut. Wo bist du? Weiterlaufen. Weiterlaufen. Keine Sorge. Ich bin immer noch hier. Ah. Fällt der zweimal auf die gleiche Scheiße rein? Tut er nicht. Er kommt. Er kommt. Dauert nicht mehr lang. Dann find ich dich und leg dich um. Der geht jetzt ernsthaft wieder? Ich bin ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Keine Ahnung, wo ich davon halten soll. Wie sagt man so schön? Ein Mann Familie. Immer Familie. Also das ist anscheinend eine gute Ecke. Ich hör keine Fußspuren. Ist er überhaupt weitergelaufen? Okay, er ist weitergelaufen. Jetzt ist er gerade in der Küche. Das kann man gut hören. Jetzt kann ich vielleicht hier ganz schnell dran vorbei. Ja. Oh. Das war nicht klar! Tu das kein Stück, du Hammel. Fuck, Mann. Das dauert nicht mehr lang. Dann find ich dich und leg dich um. Du kannst dich nicht verstecken, Jürgen. jetzt müsste der mal bald in den gang da reingehen wo ist mein kleiner Eben? wie sagt man so schön? Einmal Familie? Immer Familie das Ding ist, bei allen anderen Spielen, wo man Schnips respawnt und noch einen neuen Versuch hat, würde ich jetzt einfach rennen aber das ist echt gruselig, ich hab keinen Bock von dem verprüft zu werden und wenn ich dich finde andere Richtung Ethan! 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 Das wars Was denn? Wir gucken ob das der Schlüsselhilfe ist Das wars? Ne Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Krass! Bisschen Nervenkitzel Hundebox irgendwas was hier irgendwie mich weiter bringt Eine antike Münze Toll! Komische Massenmörder sind mir auf der Ferse und ich interessiere mich hier für Münzen Okay Okay Kann man hier alles abchecken Da ist ein Speichergerät Karte des Haupthauses Echt verkehrt Was ist denn hier? Hier können sie Objekte verstauen Hier können sie Objekte verstauen Ja, dann Ist das hier mein kleines Meine Hund Flüssige Was? Flüssige Chemikalie Eine Flüssigkeit, die erst mit anderen Objekten kombiniert werden muss, um nutzbar zu werden Ja, von mir aus Kombinieren Ah! Flüssige Chemikalie und Kraut ergibt Erste Hilfe Arznei Erste Hilfe Arznei Nicht schlecht Kann man ja nie genug haben Was sind wir hier? Was sind wir hier? Ein Dietrich Und er sagt sich Miefenmurch Furchtbar Okay Ich speicher ab Ihr wisst was das heißt Nächste Episode Ist im Kasten Wir sehen uns In der nächsten Folge Haut rein Was ein kranker Scheiß We are the wars To ignite the darken skies To ignite the darken skies The Musik We are the wars The champions of ideas of a world that we define Of a world that we defy